Vielen Dank meine lieben Einfach-Kochen-Fans, dass ihr so fleißig Kommentare schreibt. Ich finde das ganz, ganz toll. Wir machen die Sache natürlich, weil wir gerne kochen, weil wir gerne essen und weil wir euch Anregungen bieten wollen. Mal was Großes, mal was Kleines, aber einfach so, wie wir denken. Und deswegen finden wir das ganz, ganz toll, wenn ihr ganz viel schreibt. Egal, ob es gute oder schlechte Kommentare sind, haltet euch nicht zurück. Schreibt uns was und wir freuen uns und dann gucken wir, was wir draus machen können.